Ahhhh! Du Arsch! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann nicht funktionieren. Nicht mit mir. Hüpfen und fliegen. Und ankommen. Knapp vorbei ist auch daneben. Okay, also es wird definitiv kein Lieblingslevel von mir. Muss ich nach links oder muss ich nach rechts? Ich bin mir nicht sicher. Absturz! Ja, ich soll es nicht. Also ganz ehrlich, ich habe... Überhaupt kein Bock mehr. Ich sollte wenigstens 10 Minuten zusammen haben, die ich das jetzt gespielt habe. Ich habe Bertha besiegt. Ich habe den Anfang hier irgendwie geschafft. Keine Ahnung wie, aber... Ich habe keine Lust mehr. Ich habe gespeichert. Ich muss nicht nochmal 3000 Level vorher machen. Mir reicht es. Ich gehe weiter arbeiten. Ich meine, die Begeisterung zum Arbeiten ist auch nicht viel. Aber, ne? Trotzdem. So. Ich verabschiede mich, wie gesagt. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und werde morgen wieder spielen. Hoffentlich. Vielleicht. Mal gucken. Bis dann. Ciao. Hallo. Nicht wundern, ich habe jetzt eine neue Aufnahme, aber ich habe so ein bisschen gecheatet. Ich habe hier unten so ein... Achso, ich bin noch gar nicht da. Egal. Aber ich habe hier unten das Leben mitgenommen. Bin dann halt andersrum da runtergefallen. Und kann ich jetzt schlecht beschreiben. Aber, ne? Ich bin da halt so lang. Dementsprechend bin ich jetzt wieder hier. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, waren nur 19 Minuten oder so. Und mit 19 Minuten kann ja kein Schweinbad anfangen. Das heißt, ich musste jetzt... Also nicht wundern, das ist jetzt dementsprechend zusammengeschnitten. Und ich bin wieder raus. Ja, klar. Oh, ich hasse diese Stelle. Es ist... Was soll dieser Dreck hier eigentlich? Und nein, ich werde mir das Leben da hinten nicht holen. Weil wegen ist so. Oh! Stopp! Die sind doch deppert. Ich kann den Scheiß nicht. Egal. Ich krieg das hin. Das hat alles was mit... Gottvertrauen zu tun. Da ich in keiner Weise an irgendeine höhere Macht glaube, ist mein Gottvertrauen dementsprechend nicht sonderlich hoch. Aber... Oh oh. Nein! Ich hasse diesen Dreck. Wie soll denn das funktionieren? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal ohne Flachs. Wie soll denn das funktionieren, bitte? Ich mein... Woher genau soll ich wissen, wann dieses blöde Ding da hinten ankommt und wann... nicht... Das wird... Ich seh's schon kommen. Das wird mal wieder so ein Level genau für mich, ja. Wo ich richtig Spaß haben werde. Die hat das Ding aber noch nicht mal ansatzweise. Da soll ich da irgendwie Sekunden zählen oder was. Pass auf. Das letzte Mal hat es funktioniert, wenn ich hier so gemacht habe. Hier rüber gehüpft, geflogen und dann immer gleich weiter und hoffen, dass das Ding gerade vorbei ist. Super. Okay, meine Katze hatte gerade einen Niesanfall. Auch gut. Schätzchen, was ist los? Du klärst es mir. Solchen Dingen schweigt sie sich dann immer aus. Morgens ankommen und den Mörder auf den Sarg gehen. Oh, Gott sei Dank. Ich hab's durchgeschafft. So, wie gesagt, das ist mir jetzt alles Wumpe. Ach ja, und ich hab keine Ahnung, wie der Dreck hier funktionieren soll. Ups, das war, glaube ich, die Fallkrieg. Ach ja, sie ist doch gleich. So, und jetzt irgendwie, aber warum die mich klein machen, verstehe ich nicht. Klein habe ich doch wirklich gar keine Chance, da irgendwie ansatzweise... Nee, wie soll das denn gehen? Ich hab's... Ich weiß ja noch nicht einmal, was ich machen soll. Äh, ja. Dich kann ich nicht abschlagen, oder? Na, das ist doch alles grober Unfug. Ah! Ah! Ich hab's geschafft! Wie weiß kein Mensch, aber... Ah! Ein Löffelfritze! Und noch so einer, und... Äh... Noch irgendwelche Heinis, die ich, ne? Ah! Hier, pfff... Ah! Verarschen die mich eigentlich gerade? Oh, ne Rutschpartie, wo ich eh jetzt... Wie auch immer durchgekommen bin, oder aber... Irgendwann demnächst sterben werde. Nein! Nein! Oh! Oh Gott! Nein! 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 Ich will nicht mehr! Äh... Äh... Tu mir doch mal bitte einer eine Gebrauchsanweisung zu diesem Spielbasteln! Alter Schwede, ich hasse dieses Spiel! Ah! Ja... Ey, die haben aber auch irgendwie das Talent, all meine Hass... All meine Hassgegenstände, die sie irgendwo finden konnten, hier reinzubauen, oder? Also, ich meine... Also, ich meine, die Löffelheinis... Habe ich jetzt nix... Ah! Nein! Ah! 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 Ah!